Hallo, hier ist Klasius, wir sind bei Jagaloo und spielen heute für euch den Klassiker unter unseren Songs Es ist okay. Es ist so zu sagen, manchmal ist es angenehm zu sehen, wie Menschen, die einen haben, über das Leben klagen und wenn sie dauernd sagen, sie müssten umgehen, weil sie so viel zu tun haben, das an allen sieben Tagen und das wär ihr Problem, das kann ich nicht verstehen. Ich bleib zu Haus und schreib Lieder, jeden Tag immer wieder, mit Attest für Schreibfieber, denn das tue ich viel lieber, stundenlang in dem Schalter der Bank, mit der Maus in der Hand und dem Anzug im Schrank, nicht schönen Dank, bis irgendwann, ich bin mal weg von hier, ich bin weit weg von dir. Es ist okay, es ist okay, es ist alles in Ordnung, es ist okay, es ist alles in Ordnung. Es ist okay, wenn du später aufstehst, später einkaufen gehst und du dich später verspätest, wie geht es, dass manche Menschen Piloten sein wollen und später sind sie Vertreter für Eingangsteppichabtreter. Was geht da, manchmal kann ich nicht verstehen, was manche Menschen wohl sehen, wenn sie zu ihrer Arbeit gehen, dabei auf der Stelle stehen und sich sehen, in die Rente zu gehen und sich an einem anderen Menschen an die Schulter zu lehnen. Ich hab' satt, mich zu drehen, in einem Film voller Szenen, die ich schon auswendig kann, irgendwann werd ich dann in ein anderes Land ziehen, in ein anderes Land. Es ist okay, es ist okay, es ist alles in Ordnung, es ist okay, es ist okay, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung.